Ich war heute mit Hilfe von Zugangsquads auf deren Intranet-Seiten. Unsere feine Regierung ist in alles Mögliche verwickelt. Waffenschiebereien, Korruption, Betrug, Mord. Man weiß gar nicht, wo das anfängt und wo das aufhört. Ich finde es übrigens vernünftig, nichts zu überstutzen und nach ein, zwei Tagen mit dem Untertauchen abzuwarten. Denn bisher haben sie dich hier noch nicht gefunden. Ja, vergiss es. Jedes Mal, wenn es hier irgendwo knallt oder auch nur das Telefon läutet, dann... Ich schreibe einen Artikel und du weißt, dass das nicht ganz umgewehrt geht. Hör auf damit! Drängt sich doch der Verdacht auf, dass sie sich um Schizophrenie handeln. Sie meinen also, man tut das für euch. Korruption! Eine Antwort finden Sie in einem grünen Umschlag in Ihrer rechten Tasche. Nicht jetzt, wenn Sie allein sind. Und Onkel Ben kommt nicht wieder? Ich weiß. Sie wollten, dass du glaubst, ich will ein Verbreit. Das haben Sie aber lang geschafft. Ich brauche deine Hilfe. Du bleibst hier! Du kannst mir in einer Frau doch dein Kinn sehen, lange bis ich in der Kinn-Formation komme, wenn ich ab will! Ich brauche mir diese Information! Sag sie mir! Anne! Anne! Wie sind Sie hereingekommen? Kein Wort. Zu irgendjemandem. Auch nicht zu Ihrer Frau. Zu euch is. ๋ selvMacht. Ich kann es nicht nur so gut wie bei mir machen würde. Zu einfachen. Wenn elf vous schlauen. Du manchmal vor der Glasfunk? Ich hab dich ainda. Ich hab dichứ. Ich bin чувств. Ich hab dich. Du bist jetzt. Oh! Ich hab dich. Vielen Dank.